Marco Schneider ist für seine kräftigen Rotweine bekannt, besonders wenn sie das Power M auf dem Etikett tragen, so wie dieser Spätburgunder. Der Wein ist aber nicht opulent, sondern eine gute Balance zwischen Kraft und Eleganz. Der Spätburgunder hat eine maskuline Art, zartrauchig-speckige Anklänge, hat seidige Tannine, einen enormen Charme und passt wunderschön zu Gänsebraten.